Grüß euch, ich bin der Markus, auch bei der Salzburger G und kümmere mich um eines der wichtigsten Themen in unserer heutigen Zeit. Die Energiewende. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir dabei auf die Richtung von Großfotoltaikanlagen. Denn zusammen mit den vielen kleinen, privaten BV-Anlagen bilden sie den Grundstein für eine möglichst nachhaltige Energieversorgung Salzburgs. Doch wir nutzen nicht nur die Kraft der Sonne, sondern setzen auch auf Wind- und Wasserkraft. Warum mir das alles so wichtig ist? Weil erneuerbare Energie nicht nur CO2-frei und gut für unsere Umwelt ist, sondern weil sie Salzburg auch ein Stück weit unabhängiger macht. Und genau deshalb arbeiten wir jeden Tag daran, die Energiewende Frauen zu treiben. Denn die erreichen wir nur gemeinsam.